Herr Landeshauptmann, Herr Präsident, danke, dass ihr unsere Gäste wart seid beim Rudensängen in Sierning. Es ist immer wieder eine Freude, wenn wir über die Ortsgrenze von Sierning hinaus Gäste begrüßen dürfen. Wir seht zu den Rudenkirrtag, was ist euch da die besondere Bedeutung daran? Das Rudenkirrtag hat eine Riesentradition, wird weitergelebt und ist aber auch tagesaktuell, wie wir an den Gstanzeln merken und das macht es einfach aus. Man kann über sich selber lachen, man kann miteinander lachen und das soll noch viele, viele Jahrzehnte so bleiben. Wir haben eine Freude, dass es den Rudenkirrtag gibt. Wir freuen uns darauf, in einem Hitlerjahr werden wir ein 300-Jahre-Jubiläum feiern. Ich hoffe, ich kann euch beide in der Funktion begrüßen. Ich freue mich darauf. Wir waren immer sehr verbunden, auch mit der ländlichen Bevölkerung, mit der Landwirtschaft. Du hast es in deinen früheren Funktionen auch schon sehr stark erlebt, warst auch schon früher zu Gast. Wie siehst du heute den Rudentanz? Ja, ich bin durch den Bräuerfrand zuerst einmal hergekommen und das ist beeindruckend. Das ist eine Tradition und damit eine Identität in der Region, die seinesgleichen sucht. Und das macht es ja aus, dass nur da verwurzelt ist, dass der Rudentanz noch in Sierning in dieser Form gibt und das seit 300 Jahren. Und das Zweite, glaube ich, was sich sehr gut macht, ist, dass Junge begeistern können, dass das weitergeht. Weil die Politik etwas ausrichten und andere auch, das kann man auch im 21. Jahrhundert. Herzlichen Dank, wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles Gute, danke.